Smart immer dabei. Verbindung verloren? What? Was? Wurde ich gehackt? Du wurdest gehackt, ne, oder? Geht aber nicht, ich hab zwei Faktoren der Authentifizierung. Ja, das hab ich bei FIFA auch gedacht, mein Bester. Ah. Hä? Haben wir mal ein Hashtag? Wie kann das sein? Haben wir mal ein Hashtag? Bei mir war auf FIFA genau das gleiche. Hat irgendjemand aus meinem Clan meine Spieler-ID? Soll ich dir sagen? Wo ist Trimax? Wie viele Trophäen hast du? Hä? Ich seh dich auch nicht mehr im Clan. Wie, du wolltest jetzt ohne Spaß? Ja. Ja, der kommt das ganz weg. Also, er existiert nicht mehr. Spielkonto wurde nicht gefunden. Er existiert nicht mehr, Wax. Hatte mich irgendjemand als Freund? Ah, ne. Du wurdest gehackt, du wurdest gehackt. Ich hab's nicht mehr. Okay. Soll ich mich mal ein paar Mal.